Hey, hallo! Endlich gibt es mal wieder eine Tool Time und ich freue mich, weil ich von euch mehrfach das Feedback bekommen habe, dass euch die Tool Time so gut gefällt und die werde ich natürlich auch beibehalten. Heute zeige ich euch die Google Search Konsole. Das ist ein kostenloses Tool, das dir unter anderem dabei hilft, mehr Traffic zu generieren. Wie Google Analytics analysiert die Search Konsole auch deinen Ist-Zustand in puncto Ranking. Du kannst darüber hinaus aber auch Keyword-Recherchen mit der Google Search Konsole betreiben. Doch das ist ein Thema, was ich mal in einem ausführlicheren Blogartikel mit Videoanleitung behandeln werde, denn das würde hier heute den Rahmen sprengen. Deswegen behandle ich jetzt hier in der Tool Times erstmal nur die Basics, die du nutzen solltest, weil sie eben hilfreich sind, was dein Ranking angeht. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und schauen uns die Google Search Konsole an. Das ist die neue Ansicht der Google Search Konsole. Wenn du sie noch nicht eingerichtet hast, dann findest du unter Google, wenn du Search Konsole einrichten, eingibst, jede Menge Anleitungen, die dir dabei helfen, die Konsole einzurichten. Du brauchst dafür eine E-Mail-Adresse bei Google. Ansonsten sollte das kein Problem sein, wenn du mit solchen Anleitungen arbeitest. Unter Übersicht und Leistung findest du jede Menge Auswertungen zu deiner Seite, ganz ähnlich wie bei Google Analytics, aber wie gesagt, das kommt in einem gesonderten Artikel mit Videoanleitung, weil das für heute zu umfangreich wäre. Was ich dir heute zeigen möchte und was du unbedingt tun solltest, sobald du eine neue Seite online gebracht hast, ist, dass du hier in der Search Konsole deine Sitemap hinterlegst. Aus dem einfachen Grund, dass du dann sicher gehen kannst, dass all deine Seiten von Google gecrawled werden. Das heißt, sie werden entdeckt von Google und dann eben auch bei der Suche ausgespielt. Wie gut sie ausgespielt werden, das hängt natürlich immer von mehreren Faktoren ab, unter anderem von deinem Domainscore, der besagt im Grunde, um es mal ganz grob zu sagen, wie gut deine Seite von Google insgesamt gewertet wird. Und auch das wieder bedarf mehrerer Faktoren. Bei Solopreneuren, die gerade starten, ist der Domainscore eher niedrig und die sollten dann insbesondere an dieser Stelle aktiv werden und eine Sitemap hinterlegen. Vor allem dann auch immer, wenn man neue Seiten der Webseite hinzugefügt hat oder wenn man neue Artikel geschrieben hat. Auch dann solltest du immer wieder eine neue Sitemap erstellen und hier hinterlegen, einfach um sicherzugehen, dass deine Seite, neue Seite auch entdeckt wird und ausgespielt wird. Und wie du eine solche Sitemap kreieren kannst, wenn du das SEO-Plugin Yoast nutzt, dann findest du die Sitemap hier unter dieser URL, indem du hier deine Domain angibst und dann slash sitemap underlineindex.xml. Dort wird sie dir dann angezeigt oder du nutzt solche Tools hier, zum Beispiel dieses. Da kannst du einfach die URL deiner Webseite eingeben, auf Start klicken und dann wird dir eine XML-Sitemap kreiert. Diese lädst du dir dann runter und hinterlegst die im Root-Verzeichnis deiner Webseite auf deinem FTP-Server und dann gibst du hier deine URL ein, die steht ja schon hier und ergänzt hier eben den Begriff Sitemap. Wenn du dann auf Senden klickst, dann sollte hier auch die Sitemap eingerichtet sein und der Status auf Erfolgreich stehen. Und wie gesagt, wiederhole das, sobald du eine neue Seite angelegt hast oder neue Artikel hinzugefügt hast. Du kannst dann auch hier über URL-Prüfung prüfen, ob dieser neue Artikel tatsächlich schon gecrawled wurde. Das ist ein recht neuer Artikel von mir. Und wenn ich das prüfe, dann bekomme ich die Info, dass diese URL bereits auf Google ist und dass sie indexiert wurde. Insofern ist das der erste Tipp, den ich euch bezüglich Google Search Konsole mitgeben möchte. Falls du von FTP-Server keine Ahnung hast, frag einfach deinen Programmierer. Der kann ja ganz schnell helfen. Happy Working und bis bald!